Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 und da ist ein wilder Ghoul, den wir sehr schlecht am Kopf treffen, aber Torso-Treffer reichen für einen wilden Ghoul aus, allemal. Rums die Bums, aus die Maus. Das tut leuchtender. An die erinnere ich mich auch noch. Huch! Do it! Schieß ihn tot, dem wilden Ghoul. Wie affig dieses Impro-Pistölchen in meiner Hand aussieht. Na, hast du keine Arme mehr oder was? Bisschen schlecht, wa? Kümmer dich mal, Dogmeat. Hat ihn... Oh, leuchtender! Da ist er! Hier, lass mal seinen Kopf abschießen. Direkt mit Crit. Huch, das hat er gelohnt. Alter! Warte mal kurz, bitte. Ich glaube, der hält ganz schön aus der Leuchte, ne? Hat ihn. Eieiei, Dogmeat, alles gut. Bleib ruhig. Kronkorken, Patrone, verstrahltes Blut, nukleares Material. Schön. Klebeband. Halt, Klebeband. Wer lässt sein? Wann lassen wir den Klebeband liegen? Ich bitte euch, meine lieben Freunde. Hier sind ja Sachen los. Ja. Oh, 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 oh. Lass mich hier durch. Ich habe etwas gesehen. Jawohl. Silberne Maschinen-Persona-Requisite. Toll. Putzmittel, Handschellen. Super. Ich denke, hier liegt eine schöne Waffe. Ist nur eine Schatz-Requisite. Ja. Achso. Ja, sagt sie. Sie freut sich. Okay, dann findet sie es wohl doch gut. Ähm. Warum auch immer. Ist das vielleicht ein Easter Egg oder ein Geheimnis oder so? Silver Shroud-Kostüm nehmen wir auch mit. Aus Gründen, die sich mir noch nicht offenbaren. Aber anscheinend ist das was Gutes, meine Lieben. Silberne Taschenwurzel ist auch was Gutes. Ich speichere nochmal. Guck mal hier. Schwarze Weste und Hose brauchen wir nicht. Ah, Kunkurken brauchen wir aber. Was haben wir hier? Grogner-Kostüm. Erhöhlt Stärke und Nahkampfschaden des Trägers. Cool. Boah, krass. Was? 10, 15, 15? Für so eine Lenden-Schurz? Das ist ja auch geil. Macht plus zwei Stärke. Wiegt wenig, ist viel wert. Finden wir gut. Brille mit schwarzem Gestell. Schmalzlockenperücke. Die brauchen wir aber nicht. Die brauchen wir aber nicht. The Oller-Schmalzlockenperücke. Hier, spinnt. Schmalzlockenperücke. Noch eine. Alles voller Schmalzlockenperücken hier. Fusionszelle. Schön. Medics. Angel. Aufgeregtes Lasergewehr. Was ist denn ein aufgeregtes Lasergewehr? Da haben wir denn hier. Blutpaket. Unglaublich überwältigende Geschichten. Der verursachte Schaden mit dem Alien-Blaster. Aha. Brauchen wir bloß noch den Alien-Blaster. Ich finde das aber auch geil. Muss ich mal so sagen. Ähm, wenn Sachen wiederkommen, ne? Also, ich sag mal, äh, den Alien-Blaster, den kenne ich noch aus Fallout 3. Und der war dann ganz schön krass. Brauchen wir alles nicht. Aha, aha, aha. Hier, diese Schauspieler mit den Drogen, ha? Äh, und so Sachen, ne? Und, ähm, in einem Dings war ja auch der Fatman drin in einem Ladebalken. Ich weiß gar nicht, ob das einer war, den ihr gesehen habt, oder ob das mein... Ne, ihr wisst ja, wenn ich ganz am Anfang das Spiel starte, kommt der Ladebalken zum Spiel starten. Und da seid ihr ja noch nicht dabei. Bandschere machen wir nicht. Telefon nehmen wir mal wieder mit. Aschenbecher. Ich glaube, Keramik haben wir bald ausgesorgt, wenn wir so weitermachen mit den Aschenbechern und den anderen. Wie heißen sie? Kaffeetassen. Kaliber, siehst du? Kaffeetasse. Kaliber, Haarklammer. Schön. Sieht alles so echt aus. So, Studiosteuerungsterminal. Willkommen bei TermiLink von Robgo. Ja, ja, Audio-Steuerung. Mikrofon aus, Lautsprecher aus. Außer Betrieb, wenden Sie sich bitte an Techniker. Rauschtest, Muster. Silverschrout, Titelmusik bitte. Geil. Geil, geil, geil. So, Video-Steuerung. Mit Kamera 1 verbinden, verbinden. Fehlgeschlagen, Fehlgeschlagen, Fehlgeschlagen. Techniker. Okay. Und Scheinwerversteuerung. Scheinwerverhandlung, Lichtkonfiguration. Ah, Max, Helligkeit. Chromin. Was ist denn der Chrominanz-Test? Mhm, mhm. Zurück. Vielleicht sehen wir jetzt hier in der Chrominanz-Test irgendwas Bestimmtes. Was auch immer Chrominanz-Test ist. Ähm. Könnt ihr mir das erklären, was ein Chrominanz-Test ist? Habt ihr Ahnung vom Fernsehen? Ich weiß es nicht. Ich sehe nur komisches Licht. Und ich weiß nicht, was man da jetzt Besonderes sieht, was man sonst nicht gesehen hätte. Wir machen mal Max-Helligkeit, bitte. Oms. Okay. So. Sag ja, haben wir noch was? Nö. So. Jetzt weiß ich natürlich wirklich nicht, was hat es jetzt mit dem Requisit und dem Silver-Shroud-Kostüm auf sich. Können wir jetzt als Silver-Shroud irgendwas Spezielles machen? Oder können wir sie mal schenken? Also, sie hat sich ja sehr gefreut über das Requisit. Was mich ein bisschen wundert, weil... Ich hätte mich über eine echte Waffe mehr gefreut. Apropos echte Waffe. Wo sind wir denn jetzt hier? Fünf? Was sind die fünf? Fünf ist unser Jagdgewehr. Äh. Vier ist klar. Drei ist der Laser. Zwei ist die Pumpe. Und eins ist die Pistole. Warum kommen wir hier aufs Dach? Das finde ich nutzlos. Dacht ihr, sind jetzt wieder Sachen los? Oder wir können irgendwo hin? Oder... Was hast du denn gefunden, Dogmeet? Was hast du? Komm. Sex. Junge. Sex. Huch. Ja. Nicht so schlau, wa? Hund. Naja, gut. Okay, dann müssen wir halt jetzt wieder runter. Tut mir leid. Dachte, wäre irgendwie besser hier auf dem Dach. Hab mir das schöner vorgestellt. Vielleicht mit einem Liegestuhl. Dachte ich gerade. Oh, was ist hier los? Aber wir haben mir die Musik angelassen. Na gut. Haben wir auf jeden Fall ein paar Bücher gefunden. Äh, haben ein bisschen Story gehabt. Abseits der Story. Also Story, Story. Abseits der Story. Und, äh, können wir ja zum Glück durch die Löcher im Fußboden schneller wieder runter. Und können die wieder raus. So. Ey, ey, ey. Die machen mich immer wieder. So, und jetzt können wir uns mal, seht ihr, schon wieder eine ganze Folge weg. Nur für einen, so einen Comicladen. Aber ist egal. Dafür sind wir, dafür spielen wir ja Fallout, um solche Dinge auch zu entdecken. Auch wenn ich eigentlich ein bisschen mehr aufgeregt machen möchte, aber kann halt nicht. Ich hab Aufmerksamkeit, Spanne von einem Vierjährigen. Das wisst ihr doch nur inzwischen. Oh, guck mal, ein Blümchen. Steht hier. Swan. Ha, Militär. Ha, ha, ha. Schlittergranate, Molly Mine. Gut. Nimm wir erst mal so, wa? Boston kommen. Hm, hm, hm. Weil hier irgendwo, die hatten doch auch was erzählt vom Museum der Hexerei oder so. Combat Zone. Swans Teich. Findenic Valentine. Boston kommen. Good Neighbor. In Good Neighbor war auch irgendwas, ne? So. Muss ich hier nochmal, müssen wir nochmal kurz gucken. Sonst jetzt. Huch. Äh. Erkunde das Combat Zone. Das ist genau hier nämlich auch, ne? Und ansonsten müssen wir... Findenic Valentine. Ja. Ja. Äh, mhm. Boylston Club. Aha. Silver Shroud Radio Signal gefunden. Galaxie News Radio. Wenn das Böse die Straßen Bostons heim sucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen. Er bestraft die Schuldigen. Dieser Wächter ist Silver Shroud. Heute, Halt auf dem Scully Square. Jetzt kriegt's nicht mal ein... Ah ja. Er ist nicht lang. Sieh an, sieh an. Da hat sich wohl jemand im falschen Stadtwirtel verliebt. Hehehe. Ja. Ja. Falsches Stadtwirtel. Ich treffe mich hier nur mit einem Feind. Das geht Sie nicht an. Am besten ruf ich Ihnen mal an. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen. Nicht so schnell, du Schnösel. Deine Brieftasche und den Schattenkoffer, die du da hast. Her damit. Sofort. Versteckt mich. Ganz bestimmt nicht. Haben Sie auch nur den Hauch einer Ahnung. Ach du meine Güte. Musste das jetzt sein? Er hat unsere Geschichte gesehen. Also ja. Willst du nochmal einsitzen? Also. Sehen wir mal, was in dem flotten Koffer ist. Ist schon vorbei jetzt, Silverschrout? Nichts. Nur Papiere. Kein Geld. Das ist wertlos. Schnack dir seine Brieftasche. So ein feiner Pinkel muss doch was haben. Okay, okay. Mal sehen. 20 Kröten. Ein Züberschein. Oh Mann. Das ging ja echt in die Hose. Weißt du, wer das ist? Wir haben gerade Bürgermeister Murphy umgelegt. Was? Den Bürgermeister Murphy? Aber was zum Geier hat er denn hier oben zu suchen? Auf dem Scully Square. Jetzt schon wieder Pause, ne? Ah, jetzt geht's weiter. Keine Farbe. Hä? Hä? Also irgendwie... Ist mir das Silverschrout Radio zu doof. So. Oh, oh, oh. Ist auch nix. Combat Zone. Aha, aha, aha. Wollen wir da rein? Oder wollen wir da jetzt doch mal ein bisschen... Wir wollen eigentlich rein, wa? Wo wir schon mal da sind. Was mir nicht so gefällt, ist, dass unser... Eines Bein vom Anzug schon schlecht aussieht jetzt. Ah, hier. Haben wir vergessen. Geht's wieder von vorne los, oder was? Ich liebe das, wenn die Radiosignale hier... An, aus, an, aus, an, aus. Finde ich ganz, ganz großartig. Deswegen machen wir es lieber wieder aus. Äh, äh, achso, ist jetzt aus, ne? So. Komm, wir gehen ja einfach mal rein. Wollen wir was essen vorher? Man weiß nie. Man weiß nie. Man kann es nie vorher wissen, Leute. Deswegen essen wir lieber erst mal... Ne, das ist mir zu viel. Man braucht zu viel. Ist mir alles zu viel. Es ist mir einfach alles zu viel, Leute. Ich meine, ich... Hier, das sieht doch gut aus. Wir beobachten noch kurz den Lebensbalken, wo er hingeht. Ja, ja, sehr vernünftig. Ja, sehr gut. Abgeschlossen. Erkundet das Combat Zone. Sehr schön. Fertig. Komplett durcherkundet. Tür hoch auf und wir sind fertig. Tommys Rule 1, no fighting outside the cage. Tommys Rule 2, no caps, no entry. Tommys Rule 3, no begging, no loitering. Rule Breakers. Alles klar. Verstehe. Warte mal, Vorkriegsgeld müssen wir mitnehmen. Patronen und Vorkriegsgeld müssen wir auch mitnehmen. Mülleimer, Zigarettenautomat. Was ist das hier? Okay. Tommys Rule 1. Ach so, haben wir eben schon gelesen. Combat Zone this way. Aha. Dachte hier wäre... Terminal. So, können wir hier uns reinknacken, oder was? Oh, das ist safe. Können wir das machen? Ich speichere mal. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt ist es nämlich schon verbessert. Da wird es, glaube ich, ein bisschen schwer. Guck mal. Believe hat sehr viel mehr Buchstaben. Ein Treffer. Oversea. Muss ich einmal vergleichen. Da ist nur ein Buchstabe gleich. Da sind zwei gleich. Okay. Counter. Nein, nein, nein. Eins. Nein. Trading. Das passt überhaupt nicht mit Oversea zusammen, ne? Wartet. Eins, zwei, drei. Nein, nein, nein. Nein, nein. Haltet. Nein, nein, nein. Ja. Nein, ja, nein. Geschafft. Geschafft. Sicherheits-Türsteuerung. Tür öffnen. Sehr schön. Und zurück. Da ist offen. Na, ihr Regelbrechers? Geh weg von mir. Ich schwöre dir, wenn ich nicht gefesselt wäre. Oh, die werden dich lieben. Geh jemand anderen auf den Sack. Na gut. Dann nehme ich mal das Bleirohr hier mit. Okay, meine Lieben? Spackos, ey. Gib mal den Safe. Experte. Schaffen wir. Schaffen wir. Schaffen wir, sage ich euch. Oh. Oh. Ja, ist okay. Aber wir haben noch ein paar Klammern, ne? Ein paar haben wir noch. Ha. Ha. Yes. Nur eine Haarklammer für ein Experten-Schloss. Uh. Ah, finde ich aber nicht so gut. Hm. Schön viel Vorkriegsgeld. Wenn jetzt vor dem Krieg wäre, wären wir ganz schön reich, meine Lieben. So. Und damit es nicht auffällt, machen wir die Tür wieder zu. Next Locktür. Tür schließen, bitte. Dankeschön. Oh. Schön. La, 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 la. Und wer glaubt schon den verurteilten Raidern? Ha. Oh, yeah. Hier ist ja geil. Doctoring in Souvenirs. Hallo. Oh, Waffenwerkbank. Rüstungswerkbank. Ah, das kann ich nicht tun, solange ich eine Powerrüstung... Kann ich einfach mitnehmen. Das ist ja nicht mal mit Clown hier. Ach, hilft mir gar nichts. Ja, jetzt wollte ich hier gerade an die Rüstungswerkbank... ...und schön, äh... ...das reparieren. Aber kann ich gar nicht. Ja, Station verlassen. Weil ich brauche ja eine Powerrüstungswerkbank. Ja, ich brauche eine Powerrüstungswerkbank. Oh, ich habe auf einmal Feinde. Ich dachte, das wäre hier ein allgemeiner Fight Club. Und jetzt ist das der übelste Raider-Verein hier. Du, Abschaum. Oh, 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 oh. Granaten finde ich nicht so gut. Äh... A und D ist Ziele durchwechseln. Hier, sie will ich erst mal. Oms. Das war easy peasy. Headshot. Hat wieder einen. Aua, irgendwer schießt da ganz fies auf mich die ganze Zeit. Da hinten, die, Alter. Das stimmt wohl, dass ich ziemlich gefährlich bin. Ach, da oben. Da oben. Das finde ich immer gut. Aus dem Wälzen mit der Pistole. Dann direkt in den Kopf treffen. Aua. Wer denn jetzt noch? Oden. Hier. So, noch jemand ohne Fahrschein. Da. Da oben. Na, komm raus wieder. Hm? Ey. Puh, schieß ich da auch durch. Mir egal. So. Wir wollen kein Ärger. Ich muss hier mit Tommy reden. Schau doch einfach mal nach oben, verdammter Feigling. Zum Teufel damit. Ich bin zu schön, um so den Löffel abzugeben. Robust Raider Rüstung. Finde ich doof. Finde ich langweilig. Ach, schade, man. Ich hätte hier gerne so mitgemacht. Bleibt doch cool, Kinder. Dass du uns nicht tun willst. Bleibt doch cool. Wenn ich euch was hätte tun wollen, werdet ihr jetzt schon mit tot, meine Lieben. Hm? Bleibt doch cool. Ich muss ja noch ein bisschen Keramik sammeln. Ihr seht auch nicht aus wie Raider, meine Lieben. Wurdet ihr hier zum Kämpfen gezwungen? Schmutziges Wasser nehmen wir mit. Bleibt doch mal cool jetzt. Lass mich doch hier erstmal... Ach so, siehste. Ich hab die ganzen Leute noch gar nicht gelootet. Ja. Versucht ja keiner mehr, mich umzubringen. Ja, also deswegen... Deswegen loot ich ja jetzt hier schon. Bleibt doch mal cool. Nein. So. Wenn du so fragst, nein. Also, sollen wir dann die zivilisierte Leute klären? Oder willst du mir mein Theater noch ein bisschen zentralen? Wenn du mir weiter auf den Sack gehst, wird hier gar nichts mehr zivilisiert, mein Freund. Lass mich doch hier mal deine Kumpels looten, alle. Zack, zack. Zack, zack. Ich hab doch nur... Ich hab... Weißt du? Deine Freunde haben hier die Granate geworfen. Ich hab hier nur geschossen, friedlich. Oh. Planke. Ohrzange. Lass mich mal hier durch. So. Haben wir hier noch was Spannendes? Ah, siehst du? Erste Hilfe. Ein Sperren. Hat es... Ja. Schön. Schön, schön. Ah, guck mal, Stimpax. Ja, boah, bauen wir nichts. OP-Tablett hatten wir noch nie. Müssen wir einmal mitnehmen, sowas. Was sind das hier? Knochenfräse. Geil. Nimm mal. Sollen wir das wie zivilisierte Leute klären? Oder willst du mir mein Theater noch ein bisschen zertrümmern? Ich höre ihm gar nicht zu. Ich ignoriere ihn einfach erstmal. Bis wir hier alles gemacht haben. Sprit. Brottischventilator. Wichtig. Hochwichtige Dinge. Schau. Egal, wer da draußen ist. Machen wir ein bisschen Licht an hier. Wir waren die ganze Zeit über auf eurer Seite. Das ist ja geil hier. Richtig, auch wieder so richtig schön, richtig schöne heruntergekommene Feudalität. Voll geil. Finde ich gut. Finde ich gut. Geil, geil, geil. Und so voll da reingebaut hier, hingezimmert. Schon sehr, sehr cool. Ich finde, das hat so Stil, das Spiel, ne? Das war nicht der Plan. So. Hä? Bierflaschen machen wir nicht. So. Oh, so, 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 so. Geht's hier weiter? Nein, hier ist zu. Okay. Dann können wir jetzt mal endlich zu dem Fakten gehen, damit der mal rumgucken. Oh, Munitionskiste. Damit er aufhört, uns hier auf den Nerv zu gehen, der kleine Mann. Ne? Mann, oh. Das ist nicht so gut. Ne? So. Nächste. Besser, besser, besser. Schrotpatronen. Schön. Wie viele haben wir jetzt? Boah. Richtig viel Schrot. Geil. So, Tommy. Ich komme jetzt und rede mit dir. Haben wir uns verstanden. Ah, erstmal gucke ich mich hier noch um. Mhm, mhm, mhm. Egal, wer da draußen ist. Wir waren die ganze Zeit über auf eurer Seite. Ich glaube dir, ich glaube dir, ich glaube dir. Hier ist ja die Tür offen. Wie soll man denn im Käfig kämpfen, wenn die Tür offen ist? Kann ja einer abhauen. Billardkö. Tommy, es ist ja gut jetzt. Du bist ja ein Ghoul. Ghoul. Total. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich küssen oder dir mein kleines Vögelchen hier auf den Hals hetzen soll. Ich hab dir doch gesagt, dass du mich nicht mehr so nennen sollst. Ich fand schön, dass er schludrig gesagt hat. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Wort. Was ist das für ein Ort? Bist nicht aus der Gegend, was? Das ist das Combat Zone. Die beste Arena im Commonwealth. Kate hier ist unsere Hauptattraktion. Mehr als 100 Kämpfe unbesiegt. Früher bedienten wir anständigere Kunden. Aber vor rund zwei Jahren kam eine Raiderbande an. Und wir wurden ein... ...exklusiveres Etablissement. Zumindest bist du unseren gesamten Kundenstamm aus dem Genpool entfernt und uns arbeitslos gemacht hast. Naja, jetzt könnt ihr aber wieder mit richtigen Menschen spielen. Ihr müsst keine Raider machen. Dafür solltet ihr mir danken. Danken? Dafür, dass du unseren Unterhalt ermordet hast? Tut mir leid, dass wir vor unserem Heiland nicht auf die Knie fallen. Das waren nicht die freundlichsten Jungs. Aber diese Idioten zu unterhalten, hat immerhin unsere Miete bezahlt. Was denn für eine Miete? Eine Verschnaufpause? Was? Damit du dir noch mehr Dreck in den Arm schießen kannst? Nein, nein. Weißt du was? Ich glaube, das war ein versteckter Segen. Du hast das Ende des Kampfes ja gesehen. Was hältst du von Cates Arbeit? Nee, hab ich nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Bin mir nicht sicher. Hab die Hälfte verpasst. Ach. Du warst wohl sehr mit dem Frühjahrsputz beschäftigt. Beeindruckende Arbeit. Du könntest sogar so gut sein, dass du mir einen Gefallen tun könntest. Also, das ist mein Problem. Ich habe plötzlich keine Zuschauer mehr. Keine Zuschauer heißt keine Einnahmen. Und wenn du mir keine Kronkorken verdienst, Vögelchen, bist du kein Aktivposten. Dann bist du eine Belastung. Für mich. Und für dich selbst. Also, ich hätte mir Folgendes gedacht. Wie wäre es, wenn du ihren Vertrag übernimmst? Sie begleitet dich? Passt auf dich auf? Schau, du würdest mir einen Gefallen tun, während ich ihr alles wieder auf Vordermann bringe. Was meinst du? Ich? Und die? Ich mache mal warum. Vielleicht können wir den überreden. Ja, Tommy. Warum soll Herrsitz nicht unbedingt loswerden? Hör her. Dieses Dreckszeug macht dich unvorsichtig. Und ich möchte es nicht kommentieren müssen, wenn du am Ende doch zu Boden gehst. Okay? Also tut mir einfach den Gefallen. Ihr beide. Bitte. Eigentlich eher nicht, nein. Kein Interesse. Hm. Schade. Normalerweise habe ich ein gutes Auge für Teams. Wie wäre es, wenn du es dir noch einmal durch den Kopf gehen lässt? Wenn du es dir anders überlegst. Wir sind hier. Du bist noch immer dabei. Nicht wahr? Vögelchen? Wenn es bedeutet, dass ich dich nicht mehr sehen muss. Hoffentlich kommt sie bald wieder. Gut. Dann so viel dazu. Wenn du dich entscheidest, mit der Besten zusammenarbeiten zu wollen, kannst du gern wiederkommen. Vielleicht haben wir bis dahin auch hier aufgeräumt. Und eine weniger blutrünstige Kundschaft. Hier. Die Einnahmen des letzten Kampfes. Betrachte es als Anzahlung. Wenn du es dir anders überlegst, ich warte hier. Das finde ich ganz geil, muss ich sagen. Dass hier diese ganzen Entscheidungen nicht final sind. Also auch mit Strong und so. Aber wie gesagt. Ne? Gerade Strong, ne? Also was heißt wie gesagt? Habe ich ja noch gar nicht gesagt. Ich sage es euch ja jetzt. Strong. Also der Supermutant da aus dem Turm. Den hätte ich fast gerne mitgenommen. Aber was soll ich denn mit so einer Troller? Anstatt von Dogmeat. Gut, Dogmeat geht mir genug auf den Zünder. Aber ich habe mich so an Dogmeat gewöhnt. Und äh... Also ich hätte sie jetzt... Ich hätte... Vom Prinzip her hätte ich sie jetzt gerne mitgenommen, um sie aus diesem Drogensumpf rauszuholen. Aber so vom logischen, vom Nutzen her... Ah, guck mal hier. Picket Fenster. Du kannst jetzt Topfpflanzen in Siedlungswerkstätten bauen. Schön. 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 Äh, wisst ihr, was ich meine? Also wenn, dann hätte ich lieber Strong mitgenommen. Weil der ist ganz schön strong. Glaube ich. Wenn ihr versteht, was ich meine. Oh ja, Kaffeetassen. Kaffeetassen. Ja klar, will ich die Kaffeetassen mitschleppen, Mäuschen. Leere Milchflasche. Schmutziges Wasser. Brauchen wir auch. Noch eine Tasse. Also zwei sogar. Ja, Aluminiumdose. Sehe ich von hier, dass das eine Aludose ist. Schön. Burgunder rote Flasche. Und so. Weiße Flasche. Nudelschale. Schön. Wodka, bla bla bla. Brauchen wir alles nicht. Zigarre lassen wir jetzt auch hier. Benutzten Ölkanister brauchen wir. Gut. Und dann raus. Jetzt aber mal Hauptquestion, Leute. Mann, ihr lasst euch immer ablenken, ey. Und ich trottel immer hinterher. Und... Kochstation. Können wir natürlich in der Powerrüstung nicht. Egal. Theater. 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 Wegen Theaterviertel, wie ist der? Naja. Ja, meine Lieben. Das jetzt aber mal Hauptquest, sagte er. Und dabei ist es schon wieder spät. Also, Leute. Äh, ich muss mich bei euch schon wieder bedanken. Fürs Zuschauen. Weil, war schön mit euch wieder. Ähm, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sage, ich speichere nochmal schnell. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play Fallout 4. Tschüssli, Müsli. Tschüssli. Tschüssli.